Geheimnis der Gottesfreundschaft von Pater Gabriel von der heiligen Maria Magdalena aus dem Karmeliterorden Buch 1, Nummer 52 Für den Dienstag der Passionswoche Die Geduld Vergegenwärtigung Gottes O Jesus, sanftmütiger göttlicher Dulder, lehre mich das Geheimnis wahrer Geduld. Betrachtung Geduld ist die Tugend, die uns aus Liebe zu Gott hochherzig und friedvoll alles annehmen lässt, was der Natur missfällt, ohne sich von Traurigkeit niederbeugen zu lassen, die uns so leicht erfasst, wenn wir uns unangenehmen Dingen gegenübersehen. Geduld ist eine besondere Seite der Tugend des Starkmutes, die uns davor bewahrt, vom rechten Wege abzuweichen aus Furcht vor den Schwierigkeiten, die uns begegnen. Es gibt kein Leben ohne Schwierigkeiten. Will jemand etwas Großes unternehmen, so treten sie meist wuchtiger und häufiger auf. Große Werke, große Tugenden, heldische Tugenden erblühen immer inmitten von Schwierigkeiten. Ihnen gegenüber hat der Starkmut zwei Weisen, angreifen und ertragen. Viele Schwierigkeiten können überwunden werden durch eine mutige Tat. Andere hingegen sind durchaus nicht zu beseitigen. Da muss man lernen, sie zu ertragen und dies ist eigentlich die Bewährung der Geduld. Eine harte Aufgabe. Es ist leichter, ein Hindernis geradewegs anzugehen, als sie dem Leben unvermeidlich verbundenen Widrigkeiten und Leiden zu ertragen, da sie allmählich dahin wirken, unseren Mut zu schwächen und uns der Traurigkeit verfallen zu lassen. Nur mit dem Blick auf Jesus, den göttlichen Dulder, erlernt man die Geduld. Sehen wir ihn, der in die Welt gekommen ist, uns zu retten, vom ersten Augenblick seines Erdendaseins an, in Entbehrung, Ungemach und Armut leben, unverstanden verfolgt, ein Zeichen des Widerspruchs seinen eigenen Mitbürgern, verleumdet, dem Tode bestimmt, von einem Freunde verraten, angeklagt und verurteilt wie ein Übeltäter. So erschüttert dies unser Herz und wir begreifen, dass wir nicht seine Jünger sein können, wenn wir nicht den gleichen Weg wandeln. Hat Jesus, der ganz Schuldlose, aus Liebe zu uns so viel ertragen? Werden da nicht wir, die wir Sünder sind und Leiden verdienen, etwas aus Liebe zu ihm ertragen können? So viel Leid auch in unserem Leben sein mag, es ist doch recht wenig, ja ein Nichts dem unendlichen Leiden Jesu gegenüber. Denn Jesus hat in seiner Passion nicht das Leid eines einzigen Lebens oder vieler Menschenleben umfangen, sondern das Leid der gesamten Menschheit. Wer geduldig werden will, muss vor allem das Leiden mit einem Blick tiefen Glaubens ansehen. So wird er verstehen, dass alles, was in diesem Leben geschieht, immer von Gott zum Wohle der Seele zugelassen ist. Oftmals, das ist wahr, werden uns Leiden und Schwierigkeiten durch Zweitursachen zugefügt. Doch was liegt daran, wenn wir wissen, dass alles von unserem guten himmlischen Vater kommt, der sich eben dieser schmerzlichen Umstände bedient, um uns besser zu machen? Eine Seele, die einzig nur aus Gott leben will, hält sich nicht dabei auf, den menschlichen Ursachen ihrer Leiden nachzuspüren, sondern sie wiederholt mit Einfalt. Dominus est. Es ist der Herr. Und aus seinen Händen nimmt sie alles an. Dies hindert freilich nicht, dass man die Last des Leidens fühlt, sie gewaltig fühlt. Auch Jesus hat sie in seiner Todesangst auf dem Ölberg gefühlt. Aber es bewahrt uns vor der Verwirrung, dem Verlust des Friedens und der Klarheit, dem Verlust der Selbstbeherrschung und damit der Geduld. Man beginnt die Übung der Geduld, indem man sucht, das tägliche Leid und Ungemach ohne Murren in Gelassenheit zu ertragen, wohl wissend, dass die göttliche Vorsehung keine Prüfung zulässt, die nicht für uns ein Quell des Guten ist. Anfangs und noch durch lange Zeit wird die Seele starken Widerwillen gegen das Leid empfinden. Zwingt sie sich aber, es gut anzunehmen, beharrlich, friedlich, dem göttlichen Willen unterworfen, so wird sie nach und nach durch diese so schmerzliche Übung hindurch beginnen, den großen geistlichen Fortschritt zu erfahren, der daraus erfließt. Sie wird sich tatsächlich mehr von allen Geschöpfen, auch von sich selbst gelöst finden und näher bei Gott. Unwillkürlich wird sie so dahin kommen, das Leiden zu schätzen und schließlich, wenn sie seine geistliche Fruchtbarkeit immer tiefer erfährt, wird sie dahin kommen, es zu lieben. Doch man gebe sich keiner Täuschung hin. Die Liebe zum Leiden ist der Gipfel der Geduld, die Frucht der vollkommenen Geduld. Um diese Höhe zu erreichen, muss man mit einer viel demütigeren Übung beginnen, friedvoll und ohne Klagen alles annehmen, was uns Leiden macht. Zwiesprache O Jesus, aus Liebe zu dir und mit deiner Hilfe will ich in Frieden alle Widrigkeiten des Lebens erleiden. Du hast mich das Geheimnis gelehrt, in Frieden zu leiden. Wer Friede sagt, sagt nicht Freude, zumindest nicht fühlbare Freude. Um in Frieden zu leiden, genügt es, entschieden alles zu wollen, was du willst. Um deine Braut zu sein, muss ich dir ähnlich werden und du bist ganz blutig und dornengekrönt. Du zeigst mir das Kreuz, eben um mich dir ähnlich zu machen. Wie sollte ich da fürchten, es nicht tragen zu können, ohne zu erliegen? Auch du bist auf dem Wege nach Kalvaria dreimal gefallen und ich armes Geschöpf sollte dich nicht nachahmen wollen. Sollte nicht auch ich, wenn nötig, hundertmal fallen wollen, um dir meine Liebe zu erweisen, um mich jedes Mal mit mehr Kraft als zuvor wieder zu erheben? Wie tröstet es mich, dass auch du, der göttlich Starke, unsere Schwächen gekannt hast? Und ich wollte hochherzig, großzügig leiden, ohne je zu fallen. Welche Illusion! O Jesus, manchmal kostet es viel, dir zu geben, was du verlangst. Doch wie gut, dass es etwas kostet. Welche Freude, das Kreuz mühsam zu tragen. Meine Seligkeit finde ich darin, im Leiden ohne jeden Trost. Herr, ich will den Prüfungen nicht ausweichen, die du mir sendest. Ich will mich ohne Freude, ohne Mut, ohne Kraft ans Werk machen und eben diese Ohnmacht wird mir das Unternehmen erleichtern. Ich will aus Liebe arbeiten und die Liebe vermag alles. Die unmöglichsten Dinge erscheinen ihr leicht und süß. Deshalb kann ich auch in den Prüfungen, die mir allen Trost nehmen, wiederholen. Herr, mit allem, was du tust, erfüllst du mich mit Freude. Wache ich also des Morgens auf und denke an die Leiden und Mühen, die meiner harren, so erhebe ich mich umso fröhlicher, je mehr Gelegenheit ich voraussehe, dir meine Liebe zu erweisen, und ich sage, mein Jesus, du hast dich genug geplagt in den 33 Jahren, die du auf dieser armen Erde zubrachtest. Heute ruhe dich aus. Jetzt ist es an mir, zu kämpfen und zu leiden. Heilige Theresia vom Kinder Jesu Heilige Theresia vom Kinder Jesu